und der nächste boss befindet sich an der folgenden stelle genau hier und ja wir fangen direkt an würde ich sagen gehen in den boss feind ist eine pflanze richtig der schuss machen wir es mal mit feuer es war halt nur aufpassen dass sie uns nicht komplett abfackelt der kollege ist engeligen doch Oh, wir sollten jetzt wirklich aufpassen. Ach nee, ich hab gar keinen Platz. Ich hab die Potsdamen erwischt. Ich hab die Potsdamen. Ich hab die Potsdamen. Wissen, wir sind auch die Potsdamen. Ich hab die Potsdamen. das ist ja das gewesen ich habe einen platz gehabt da nicht drauf geachtet das wäre auf jeden fall der boss gewesen ich danke euch fürs zuschauen tschau tschau bis zum nächsten mal